Es ist Januar, 35 Grad warm und die Sonne scheint. In der Nähe von Sydney führt BCC Australien die jährliche Sommerkonferenz durch. Aufgrund des Teilnahmerekords von über 400 Personen aus der ganzen Welt wird sich hier für die kommenden Jahre etwas ändern müssen. Hier in Longpoint Camp wird die Kapazitätsgrenze gesprengt. Grund dafür ist das große Interesse von Besuchern und Ortsansässigen, die kommen und hören möchten. Chore Johann Smit, der Vorsteher von BCC, reist seit 20 Jahren mit seiner Frau Eva an, um Menschen zu treffen. Das ist der Grund, warum diese Events so beliebt geworden sind. The sinner is allowed to live, but sin has to die. Isn't that fabulous? BCC und die Ortsgemeinden haben mehrfach große Aufmerksamkeit bekommen, weil sie finanzielle Mittel beschaffen, um in der Zukunft bauen zu können. Auch die Geschwister in Australien haben Zukunftspläne für die Kinder und Jugendlichen. Das ist ein Problem. Es ist zu tun, zu denken, dass die Christen nicht mehr sind und zu denken, um die Ergebnisse zu tun, wenn die Kinder zu helfen, wenn die Kinder zu helfen, und dann die Regierung zu helfen. Wir haben die Lösung hier. Wir arbeiten, und wir machen es gut für sie. Ich denke, wenn wir hier in Sydney sehen, wir haben eine Gruppe von Kindern und sie sind growing, und da sind so viele von ihnen. Und ich weiß, dass ich eine von ihnen einmal war. Und sie sind so schnell, und sie sind so schnell. Und sie brauchen auch ein Ort, wo sie leben können. Und sie können zusammen sein. Also möchte BCC nicht nur im kleinen Norwegen für sich selbst und die kommende Generation Verantwortung übernehmen. Und wir wollen Facilities, Raum in der Meeting Halle und Accommodation für sie. Aber hoffentlich in 2020, oder ein bisschen nach dem, werden sie hier alle in Hotel-Style Accommodation bleiben.